Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered Wir lösen jetzt erstmal hier eine Geiselnahme auf Machen wir mal gucken, ob wir das eigene Name als Souverän hinkriegen Fuck, das sind Geiseln Hä? Habe ich da nur was sehen? Schweinebacke Geh doch aus dem... Fuck you, Alter Boah Boah, was ein Mongo, ey Entschuldigung Steht da einfach ein Weg rum, Alter Boah Augen offen halten, Sektoren beobachten Feindlicher Heli auf Patrouille, aufpassen Hotel 6 Roger Hotel? Trivago Oh, meins 11 von 45, das läuft nicht ganz so gut Feindlicher Heli runter Okay, Bewegung Bewegung, Bewegung, Bewegung Okay Hier war glaube ich auch nochmal einer als Spiel Hotel 6, weitere Geiseln bei ihrer Position Verstanden Verstanden Sicher Kommando, alle Geiseln auf Deck 2 gesichert Gruppe 5, прием Feindlicher Fug Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft, Sir Nun zu Plan B Wir deponieren hier C4 Los Wo? Da hinten C4 anbringen, schnell Die Zeit Mach ich doch So, aber hier Komm, gib Gas Wow C4 platziert, Sir Erhöhte Position beziehen Wenn Sie den Köder erreichen, schlagen wir zu Ey, das ist meine Leiter Verpiss dich da Blöder Monbo Geh weiter Es tut mir leid, ich will das nicht sagen Es tut mir echt leid Da ist die Patrouille Nicht schießen, bis Sie näher sind Eho, Chef Bitte macht Warten Warten Lass du doch erstmal da reingehen Obwohl HW, los Kommando Hier ist die Hotel 6 Hier ist das Arkenflug Hier verstanden Es müssen auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellungen kümmert Over Roger Vordere Evakuierung bei Landezone Bravo-Ast Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit sie Marines schicken können Bewegung Ja, ist okay Irgendwann ist heiß Jawohl So, wollen wir mal gucken Haben wir es jetzt? Das sind unsere Jungs, ne? Guck mal, hier haben wir noch eins Zwölf Stück, es geht voran Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Oder wie heißt es so schön? Hotel 6, Team 2, evakuiert die Geiseln von den unteren Decks Sofort aufs Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern Over Verstanden War das ein Motorboot? Ende Gibt's nicht Gibt's nicht Können wir den runterholen? Ach so Also, ne? Ghost! Melde Feindaktivität! Statsache Komm schon! Ich war gerade dabei Alles klar Immer das Immer aufs Umfeld achten So, komm, wo ist der Liebob da? Wo ist er? Genau Ach komm schon So Da sitzen zwei Ach kommt der Heli erst wenn ich Das ist da einer oder ist das Dort Mieter So Ach's klar Das würde ich gleich gerne wieder mitnehmen Warte mal Machen wir so Und dann für den Nahkampf Feindlicher Heli, runter, runter Verdammt So Feindlicher Helikopter neutralisiert So Hier, äh So Lass mich in Ruhe Oh, da hab ich nicht gesehen Hör auf Hör auf, hör auf Hör auf Mh Oh Feind, bewegt sich bei den Treibstoffbehältern Kann ich feuern? Oh Also Dass man hier dauernd rumgeschoben wird, ne? Wie soll man Ah Hier ordentlich Menschen retten Aufteilen und durch die Gänge hier ausschwärmen Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wieder rein müssen Waren wir hier ne? Ach ne Okay Typ 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 Was macht der da drin? Ähm, warum werden das hier immer mehr? Hab ich irgendwas verpasst? Ne, der, okay. Äh, ja, ja. Definitiv. Bitte. Danke. Okay. Na los, die Geiseln retten sich nicht von selbst. Alter, halt die Fresse. Wir müssen mal helfen können, anstatt einfach wegzulaufen. Pimmelgesicht. Rauchwand! Wir haben Thermaloptik. Vom Rauch fernhalten. Jungs. Hotel 6, Achtung, bei ihrer Position befinden sich Geiseln und möglicherweise Sprengsäste. Over. Ich hab auch Thermaloptik. Ich hab sogar Optimal Thermaloptik. Wir wissen nicht, was hinter den Türen wartet. So. Da ist... Verdammt. Alter. Scheiß drauf. Los geht's. Was? Aber ist der Bereich nicht schon... Ich finde, der Bereich ist ziemlich sicher. Also, jetzt... Jetzt hakt's aber. Sprengladung an den Türrahmen. Wir greifen von beiden Seiten an. Mach mal. Warum nicht? Natürlich bin ich bereit. Ich bin immer bereit. Allzeit bereit. Sicher. Raum ist sicher. Kommando. Alle Geiseln wurden gesichert. Wiederhole. Alle Geiseln gesichert. Rücken vor zur Landezone Bravo. Was zur Hölle? Sind die irgendwie ein bisschen behindert? Was? Ähm... Das ist ja nicht normal. Hunter 2-2 hier Punisher. Bohrinsel gesichert. Alle Sprengstoffteams haben Landefreigabe. Roger Punisher. Hunter 2-2 hat verstanden. Punisher hier Phoenix 1-1. 2F15 sind unterwegs zu Planquadrat 257-221. Erbiete Statusbericht. Phoenix 1-1 Punisher. Luftraum sicher. Wiederhole. Luftraum sicher. Unterwegs nach 2-4-0. Ihr habt's gehört. Ich bin ein Punisher. Ich bin leicht panisch. Phoenix 1-1 hat verstanden. Ende. Junge. Junge. Guter Job. Guter Job. Hanni war junger. Junge, Junge. Punisher an alle Flüge beim Landverrat 255-202. Lokaler Luftraum ist gesichert. Wiederhole. Lokaler Luftraum ist gesichert. Vorrücken zum Zielgebiet auf Route November 2. Punisher hier Hunter. Hunter 2-2 sichert die Raketenstellung in aller südwestlichen Ecke des Hauptdecks. Hunter 2-3 rückt zum Vorturmgebäude vor, um die Sprengsäste zu entschärfen. Oh. Punisher an alle Einsatzteams. Alle Raketenstellungen neutralisiert. Alle Raketenstellungen wurden neutralisiert. Luftraum wieder sicher. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt... Oh ja. Die Mission fand ich gut. Glaube ich. Ich glaube ja. Ich glaube, die war mega. Na ja, mal schauen. Taskforce 141. Die sechste Flotte räumt auf. Wird Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte dieses Gebäude. Das meiste davon ziemlich hässlich. Er ist ein Schloss. Mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte. Aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges. Von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Also lassen wir ihn frei. 627. Ich weiß... Ehrlich gesagt nicht mehr. Wir haben es für den Abschnitt. Bereithalten für Angriff. Over. Wir sind noch die 2. Zielerfassung. Box 3. Guter Abschuss. Guter Abschuss. Rolle 2. 1. Wir haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Rolle 2. Verstanden. 2. 2. Alles verstanden. 2. 3. Bestätigt. 2. Greift an. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wenn genau wir hier retten. Beschuss. 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 Also ich weiß, wir finden einen alten Bekannten. 2. 2. 1. Alle Scharfschützen. Hier McTavish. Bereithalten. Stabilisieren. Verfahren alle Scharfschützen. Angriffsfreigabe. Äh. Wie gesagt, Controller. Ey. Nach rechts. Position wechseln. Ja. Einmal Reload. Haben wir hier auch irgendwas zum... Stabilisieren. Bereit. Gehen wir siehe. Verdamm. Verdammt. Verdammt. Vier Feinde auf dem nächsten Turm. Alter. Vollidiot. Vollidiot. Shepard. Die Jäger soll sofort das Feuer einstellen. Das war zu da. Ich verschaffe Ihnen etwas Zeit. Ein Mann in einem Gulag bedeutet der Navy im Moment nicht viel. Verdammte Amis. Ich dachte, das wären die Guten. Schluss damit, Ghost. Ruhig bleiben. Zweite Melle los. Bereithalten. Drei Meter. 2-1 landet bei Ziel. Alles klar. Verdammt. Verdammt. Was gibt es nicht? Oh, warte mal. 2-1 in Feuerposition. Verstöten muss 2-1. Ziel im ersten Stuttwett markiert. 2-1 bestätigt. Sechs Ziele nähern sich schnell. McTavish. Einer fiel auf dem Dach. Zwei-Stück-Gemäude. Ziele erledigt. Nein, das gibt es nicht. Ich kriege gerade überhaupt nichts geschissen. Ach so. Ziele neutralisieren. Dork. Einer fiel auf dem Dach. Zweifachig Gebäude. Yelki. Roach. Ein M2. Stopp. M203 benutzen. Wechselt das Magazin. Der Einstab ist weiter vorne. Ich hab betroffen. Sehr gut. Sehr gut. Ba-ba-da-da. Ba-da-ba-da-da-da. Aktivität. Ziel neutralisiert. Äh. List. Weg, fertig. Feind gehen die Treppen auf. Kein freier Schussfeld. Der ist schon hochgelaufen. Ist klar. So, mein Lieber. Das nehme ich noch mit. Sehr schön. Ich würde mich allerdings noch einmal kurz hier umsehen. Weil ich immer das Gefühl hab, dass wir Kontakt bei dir auf 9 Uhr. Kann nicht feuern. Hä? Hast wir irgendwas vergessen? Ach, naja, egal. Äh. So. Ziel neutralisiert. Es geht los. Wir gehen rein, schnappen den Gefangenen 627 und verschwinden. Alles klar. Wir überprüfen. Los. Also. Kontakt im Nordosten. Weißt du, hier wird rumgeballert, aber er geht einfach... Ey. Vollidiot, Alter. Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Verstehst du? Ich hecke mich in das System und suche nach dem Gefangenen. Ich mach das. Beide dauern. Verstanden. Roach, wir übernehmen die Zellen. Mir nach. Bei dieser Quartierin ist ein Scherrn im Post-Uprävention. Ich werde hier nur mal eben einmal kurz rumlaufen und gucken. Aha. So. Alles klar. Achso, wir übernehmen die Zellen. Genau. Leute. Ja. Zelle gesichert. Okay. Ich bin drin. Ich verfolge Ihren Fortschritt auf den Überwachungskameras. Verstanden. Ist die Position vom Gefangener 627 bekannt? Negativ. Aber da ist ein Kleinwerfer auf Ihrem Stockwerk. Das soll ich es einfacher machen. Roger. Aufpassen. Der Gefangene ist vielleicht in einer dieser Zelt. Ghost. Hier ist eine Sicherheitstür. Öffnen. Ich bin dabei. Diese Hardware ist uhrheizt. Terror. Feiert sich. Und dafür zuverlässig. Verstanden. Bereithalten. Geschafft. Schon besser. Los. Roach. Kontakt auf 9 Uhr. Wo ist 9 Uhr? Zelle 4D ist gesichert. So. Hier nochmal reingucken. Ob wir hier irgendwas haben. Mike Tavish. Kontakt bei dir auf 1 Uhr. Die Zelle ist gesichert. Bewegung. Sprechen Sie mit mir Ghost. Die Zellen sind leer. Ich hab's. Gefangener 627 wurde in den Ostflügel verlegt. Sie müssen durch die Waffenkammer im Zentrum. Das ist der schnellste Weg. Roger. Trupp. Runter in die Waffenkammer. Bewegung. Alles klar Leute. Wir verlassen diese Folge einmal wieder inmitten der Action. Aber es geht ja nächste Folge weiter. Und ich hoffe ihr seid auch dann wieder mit dabei. Und unterstützt mich ein wenig. Bis dahin. Jungs. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.